Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Etappe der Villarreal von Villarreal nach Sagunt. Die Boetta Espana natürlich. 2019 194 Kilometer sind es. Etappe 6 mit 5 Anstiegen, 3 Anstiege der dritten Kategorie, 2 Anstiege der zweiten Kategorie und die Favoriten für heute sind Michael Matthews, Julien Alaphilippe, Tij Spenot, Philipp Gilbert, Daniel Martin, Enrico Bataglin, Bauke Monomar, Alejandro Alverde und Tim Bellens. Und wir sehen uns gleich. Ihr wisst es schon, auf der Strecke. So sieht es aus. Also willkommen zur sechsten Etappe von der Villarreal. Spanier. Heute also eine weitere hügelige Etappe. Wir haben Christopher Froome, den in echt, glaube ich, fünfmaligen Tour de France Sieger. Fünfmal, oder? Oder war es nur viermal? 13, 15, 16 und 17. Ja, doch, müsste schon hinkommen. Auf jeden Fall den Serien Tour de France Sieger, sagen wir es mal so, im roten Trikot und wir haben die erste Attacke des Tages und es ist mal kein typischer Ausreißer, sondern es ist Danny McLean, unser Sprinter aus dem Team, der heute also versucht, in die Ausreißergruppe hineinzufahren. Und ich kann mir vorstellen, dass hier von Caio Rale der gute Yesard gleich das nächste probiert. Ne, versucht er nicht. Er macht Tempo. Versucht also auf diese Art und Weise den Rückstand auf McLean gering zu halten. Und jetzt gibt es die nächste Attacke und das ist Filippo Pozzato, ebenfalls aus der Ausdürkers Mannschaft, aber den will man offenbar jetzt nicht wegfahren lassen, warum auch immer. Aber gut, dann lassen wir McLean erstmal fahren und jetzt gibt es die nächsten Attacken. Bonnier greift an, Delio Fernandes und jetzt wird so ein bisschen Tempo gemacht. Okay, damit hätten wir also der McLean vorne mit drin, eventuell ja jemand, der die heutige Etappe gewinnen könnte, wenn er diese Hügel überlebt in der ersten Gruppe. Das wird allerdings schon eine schwierige Task heute. Oder ein schwieriger Task. Eine schwierige Aufgabe halt. Mein Gott, warum immer dieses Denglish? Ja, wir haben heute zwei Optionen für den Etappensieg und damit natürlich für Sieg Nummer 30 in dieser Saison. Den wollen wir unbedingt holen. Also zum einen natürlich Ausreißersieg mit Danny McLean. Absolut eine Option, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Option zwei wäre Miguel Ache-Lopez. Option drei, und das ist die vielleicht wahrscheinlichste, wäre Fabio Fellino. Und mit dem würde ich ganz gerne etwas Risiko eingehen, wenn es die Chance denn zulässt. Oder wenn es die Situation zulässt. Das werden wir dann im Laufe des Rennens erfahren. So, einige weitere Attacken gab es noch hinten im Feld. Mal schauen, ob die jetzt alle noch mit nach vorne kommen. Das sieht sogar so aus. Uranga von Kaja Ural. Auch bestimmt wieder so eins dieser geisteskranken Jungtalente. Ey, guck dir mal die Werte an. Alle sind schon mindestens 70 bis auf Regeneration. Also da wächst wieder ein neuer Evenepool heran. Das ist ja bei PCM irgendwie immer so, dass eigentlich jedes Talent so ein Evenepool wird. Mal mindestens. Ja, und wir schauen mal, was heute gehen kann bei dieser sechsten Etappe der Welt da. Ich bin sehr gespannt. Igor Anton ist mit dabei. Amaro Antunes habe ich auch schon gesehen. Auch Seitz und Padun sind wieder dabei. Also die Leute, die gestern in der fünften Etappe in der Ausreißergruppe waren und sich da um die Punkte gebettelt haben, sind heute zum größten Teil auch wieder mit dabei. Und ich werde jetzt mal mit Maclay mich hinten andocken und einfach mal kein Tempo machen. Ich bin mal gespannt, ob die Ausreißergruppe deswegen rumzicken wird. Weil eigentlich könnten sie ja sagen, ja, kann es ja egal sein. Das ist halt ein Sprinter, ne? Wir werden sehen, ob denen das egal ist oder ob nicht. Und ich sag mal Tempo machen, aber halt mit zu wenig Einsatz. Das geht auch. So, anstieg in der dritten Kategorie. Damit geht es jetzt hier los in den heutigen Tag. Erste Steigung für Danny Maclay. Unseren Briten. Sollen wir wieder unsere typische Spielchen machen? Könnten wir eigentlich. Wer ist der Beste in der Gesamtwertung? Platz 32 Hammer. Wer bietet weniger? Niemand. Amaro Antunes. 6 Minuten 23 sein Rückstand in der Gesamtwertung auf Chris Froome. Das heißt also, wenn die Gruppe mit 6 Minuten und 23 Sekunden Vorsprung das Ziel erreichen würde, dann wäre Amaro Antunes der neue Führende in der Gesamtwertung. Das sind natürlich viele Wenn und Abers. Es ist ja auch noch ein weiter Weg bis ins Ziel. So, machen wir gerade hier ein bisschen schneller. Denn gleich wird es wahrscheinlich die Attacken geben, um diese Bergpunkte. Maclay hält sich da natürlich raus. Ist ja auch irgendwie logisch. Erz Sprinter wird da eh nicht viel mit zu reden haben. Vorne jetzt Peter Kenyack. Offenbar hat er auch Bock. Oder Leopold König. Wir wissen es nicht. Einer von beiden will auf jeden Fall hier wohl auch Punkte holen für diese Bergwertung. So, und jetzt muss man Clay schauen, dass er da dran bleibt am Feld. Sollte er machbar sein. Und vorne gibt es die Attacken. Gibt es die Kämpfe. Antunes kommt jetzt vor. Ja, überholt Kenyack. Und so wie es aussieht, Amaro Antunes vor König und Anton würde ich sagen. Das müsste die Reihenfolge sein an diesem Anstieg vor König und Anton. So sieht es aus. Damit wäre Amaro Antunes, der Portugiese, jetzt vorbei an Miguel Angel Lopez in der Bergwertung. Gleich geht es auch schon hinauf auf den nächsten Anstieg. Diesmal einer der zweiten Kategorie. Für Maclay ist der Plan ja eigentlich simpel. Einfach dranbleiben an der Gruppe, so gut es geht. Und über diese fünf Anstiege kommen. Beziehungsweise jetzt sind es noch vier. Dann noch hoffen, dass die Gruppe an sich überhaupt mal durchkommt. Wenn das alles geklappt hat, ja, da gibt es einen easy Etappensieg. Weil im Sprint dürfte Maclay der Beste sein. Aber es ist halt ultra schwer, überhaupt damit drüber zu kommen. Das ist auch klar. Das ist ja auch klar. So, Ego Anton macht es jetzt hier ein bisschen Tempo. Der ehemalige Euskaltel Euskadi Hoffnungsträger. War ja mal. War ja so ziemlich das letzte Talent, dass bei Euskaltel Euskadi noch rauskam und dort auch richtig fruchtete. Danach kam zwar noch Miquel Nieve, meine ich. Der war auch noch stark. Aber so Leute wie Miquel Nieve eben, die zwar auch bei Euskaltel ausgebildet wurden, haben ja dann erst woanders so richtig Fuß fassen können. Zwei Kilometer noch. Jetzt geht es natürlich los. Genau da, wo dieser Busch ist, damit ich es auch gar nicht sehe. Sehr nett. Spiel. Sehr, sehr nett. Ich hänge mich mal an Giddich. Der ist zwar ein viel, viel besserer Bergfahrer, dann hänge ich mich halt an Breidler. Ich habe irgendwie die Hoffnung, einer von denen wird schon ähnlich rumtuckern wie wir. Sodass wir uns da so halbwegs unbeschadet am Hinterrad hochsaugen können. Über diesen Anstieg. So, Miquel ist platt. Aber das ist auch Leopold König. Und vorne holt sich wieder mal Antunes die Punkte. Igor Anton könnte dann auch Dritter geworden sein. Schauen wir mal rein. Fünf Punkte für Delio Fernandes. Angeblich. Ich würde sagen Amaro Antunes. War vorne und auch hier hätte ich Igor Anton vorne gesehen. Und wir wissen ja auch, dass diese Anzeige spinnt. Da gibt es einen Bug beim PCM schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also nur weil hier eben halt als Erster angezeigt wird, heißt das nicht, dass er auch wirklich Erster geworden ist. Ja, klingt total bescheuert. Ist es auch. Ich weiß nicht, ob die Entwickler es schon wissen vom PCM. Aber sie sollten es mal wissen. Denn das ist natürlich ein ultra dummer Bug. So, die ersten beiden Hügel hat Danny MacLay, ich würde schon sagen, mit Bravour gemeistert. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ein bisschen Angst macht mir halt dieser letzte Anstieg, weil da ist nicht nur zweite Kategorie, der ist auch relativ lang. Und das ist halt schon so ein bisschen Schafsrichter. Also da kann einiges passieren. Sechs Minuten Vorsprung haben die Ausreißer. Also wirklich ein ganz gutes Polster aktuell. Aber es sind noch 120 Kilometer bis ins Ziel. Insofern ist da ja mal noch gar nichts gerettet. Ja, diese tolle Tagesform, die Danny MacLay heute hat, die muss man natürlich nutzen für so einen Aushaltsversuch. Ist ja ganz klar. Ich kann noch mal kurz Getränke holen gehen. Mein MacLay muss eh was versuchen. Nur auf die Sprintetappen warten ist sie halt nicht. Denn es gibt, Stand jetzt, nur noch zwei. Es gibt nur zwei Sprintetappen. Ja, es ist heftig, aber es ist halt die Buerta. Und die ist eher für Berg als für Sprintetappen bekannt. So, das war wahrscheinlich gerade ein Fehler mit Cabaret. Jetzt Getränke zu holen. Weißt du was? Ich mache es rückgängig. Das machen wir nach dem Anstieg. Sonst wird der junge Platz sein, glaube ich. So, zwei Kilometer noch. Und jetzt geht es wieder hinein in die Attackiererei. Also MacLay hier gut dabei. Versucht da natürlich dran zu bleiben. So, wie das auch sein muss. Ups. Ah, das war jetzt ein Fehler. Das kostet natürlich unnötig Kraft jetzt. Da ist er kurz vom Hinterrad weggegangen. So, vorne Antunes vor Anton. Dritter müsste Salz sein. Also Amaro Antunes, der Portugieser, macht hier richtig viele Punkte. Unfassbar. Igor Antunes jetzt auch schon am Miguel Alupes vorbei. Damit also Antunes stand jetzt in der Bergwertung der neue Führende. So, MacLay muss jetzt wieder richtig Gas geben. Lücke zu fahren, so schnell wie es geht. Damit er dann wieder mit dabei ist. Die Sprintwertung versuchen wir natürlich zu holen. Wenn wir schon hier in der Gruppe sind. Hat zwar wahrscheinlich nicht viel Sinn. Aber hey, wenn wir schon da sind, nehmen wir die halt mit. So, jetzt kann Cabaret Getränke holen gehen. Das sollte ja funktionieren. So, dann schauen wir doch mal, dass wir Daniel für die Sprintwertung auch nach vorne bekommen. Cabaret jetzt ganz hinten. Sakharov ist abgehängt. Und natürlich auch Till Schuster bei Sakharov. Ja gut, Till Schuster ist ja auch ein Bahnfahrer. Wollte gerade sagen, bei Sakharov kann man es noch irgendwo nachvollziehen, weil er Bahnfahrer ist. Aber ich glaube, Till Schuster ist in Realife auch eher auf der Bahn unterwegs gewesen. So, 13 Kilometer noch bis zur Sprintwertung. Ja, wie gesagt, da gehe ich davon aus, dass die McLean easy wegsnacken wird. Auch 10 Kilometer. So, Oranga sieht fast aus, als würde er einen Sprint anziehen hier. Für den Teamkollegen. Okay, das haben wir uns geholt. Sehr schön. Und McLean also mit den Punkten hier. Gut, gut, gut. So soll das sein. So, Cabaret kann ja nochmal Getränke holen gehen. Warum nicht? Noch ein paar Kilometer. Dann ist der vorletzte Anstieg des Tages erreicht. Der Puerto del Oronet. Zwölf Kilometer noch bis zur Bergwertungsabnahme. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Dreieinhalb Minuten Vorsprung hat die Ausreisegruppe noch vor dem Feld. Rund um Miguel Angel Lopez, unseren kolumbianischen Käpt'n. Auf dem wir natürlich heute auch wieder ganz besonders Acht geben möchten. 6 Kilometer noch. 4 Minuten Vorsprung für die Gruppe. Sieht sogar aus, als könnte die Gruppe durchkommen. In meinen Augen. Tempo ziemlich hoch. Igor Anton schlägt jetzt hier das Tempo an. Wieder mal der Spanier. Ist immer relativ früh, relativ halt vorne. Also die Taktik ist sehr, sehr risikoreich. Und bislang zahlt sie sich nicht aus. Igor Anton der Erste, der attackiert. Aber er kriegt keine Lücke zwischen sich und die Konkurrenz. Antunes hat jetzt den weitesten Weg sogar. Der Portugiese. Und gewinnt die Bergwertung auch nicht. Erster wird König, zweiter Fernandes, dritter Amaro Antunes. Aber Igor Anton geht wieder leer aus. Und der Ney McLean muss wieder eine Lücke zufahren. Und das ist natürlich alles andere als optimal. Aber auch dieses Mal sollte er es schaffen. Und jetzt gibt es noch eine Bergwertung. Aber das ist dafür die härteste. Mit großem, großem Abstand. Also das wird nicht einfach. Eigentlich dachte ich, dass man hier attackieren könnte. Können das ja mal mit Pozzato versuchen. Vielleicht bringt es ja was. Also Attacke Filippo Pozzato. Mal so ein bisschen das Feeling von vergangenen Tagen zurückbringen. Als man sich gedacht hätte, oh Pozzato 50 Kilo wieder vom Ziel. Das ist eine gefährliche Attacke. Heute denkt sich das glaube ich keiner mehr, wenn man sich seine Werte so anschaut. Trotz der sehr guten Tagesform. So. Brett oder Garby ist der nächste Anstieg. Bin echt mal gespannt, was Pozzato hier fährt. Ob er hier überhaupt was rausfahren kann. Ich denke mal nicht. Ehrlich gesagt. Ich traue hier mir gar nichts zu. Bislang ist McLean immer noch von dabei. Aber wirklich nur eventuell schafft er das sogar. Eventuell. Es ist noch relativ weit vom Gipfel bis ins Ziel. Es geht noch relativ weit bergab. Bislang hat es McLean immer verstanden, eine gute Figur zu machen an den Anstiegen. Und sich dann auch nach dem Anstieg ganz schnell wieder in die Gruppe einzufinden. Also wenn er es jetzt wieder so gut hinbekommt, dann sehe ich eigentlich relativ positiv. Das einzige, was jetzt nur wieder nervig ist, ist, wir haben jetzt gleich wieder diese Doppelgeschichte. Also einmal McLean vorne und einmal hinten das Hauptfeld mit Miguel Aja Lopez. Wo wir natürlich auch gucken müssen, dass da kein Schmuh passiert im Endeffekt. Denn wir müssen ja schauen, dass Lopez vorne dabei bleibt. Und man mindestens keine Zeit verliert, vielleicht sogar Zeit rausholt. Die Ausreißergruppe würde ich sagen, ist so gut wie durch. Es sind noch 40 Kilometer ins Ziel. Die haben circa sieben, fast acht Minuten Vorsprung. Also vielleicht wird es sogar was mit dem roten Trikot für Amaro Antunes. Wir hatten es ja vorhin. Sechs Minuten, zwei, dreiundzwanzig glaube ich ist der Vorsprung, den Chris Froome gegenüber den Portugiesen hat. Der kann durchaus noch bröckeln. Also da ist noch nichts gesagt. Pozzatos-Attacke ist auch relativ gut bisher. Zwei, fast drei Minuten Vorsprung. Hat der Italiener rausfahren können. Bringt halt nur nicht viel, weil er so zwischen den Gruppen hängt. Also das ist eine ziemlich sinnlose Attacke. Das bin ich mir auch bewusst. Aber man kann es ja mal machen, wenn man Pozzato in der Mannschaft hat. So ist wie ich meine. So ein Pozzato, der ist halt einfach scheiß gefährlich. Ja, zumindest im Jahre 2008. Naja. Schaut euch mal Best of Filippo Zato an, bevor ihr irgendwie ihn auslacht. So, 5,7 Kilometer. Wir konzentrieren uns jetzt mal. 5,7 Kilometer. McLean sieht noch gut aus. 5 Kilometer Marke. Ach, das wird nicht gut, ey. Dieses Doppelte, dieses Hin und Her geguckt, das macht mich immer wahnsinnig. Ich mag das nicht. Noch 4 Kilometer. Oh, Junge, aber jetzt. Jetzt schmilzt der Balken hier. Jetzt schmilzt der Balken aber mal sowas von. Oh, Junge. Jetzt beginnen die da vorne Tempo zu machen. Ja, und wir müssen schauen, dass wir McLean hier drüber bringen. Es hilft ja nichts. Es hilft ja alles nichts. Noch 2,3 Kilometer, Daniel. Ich weiß, dass du es in den Beinen hast. Ich weiß es. Und du weißt es auch, wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist. Dann weißt du das auch. So, hier ist es auch gar nicht mehr so steil gerade. Das heißt, hier kann er jetzt auch ein bisschen mehr Power geben. Letzter Kilometer. Ja, die haben schon ein bisschen Vorsprung jetzt. So ist es ja nicht. Aber McLean, ja, jetzt ist er halt am Ende seiner Kräfte gerade. Das ist halt so ein bisschen uncool. Genauso wie Pozzato. So, Lopez ist jetzt ganz, ganz vorne. Verline noch nicht, aber gleich. So, McLean. Jetzt ist er über den Hügel. 26 Kilometer noch zu fahren. Jetzt gibt es diese kleine Gegensteigung. Da muss er halt irgendwie drüber fahren. So, er hat eine Minute Rückstand auf Preidler. Der hat eine halbe Minute auf die beiden. Und die noch mal eine halbe Minute auf die beiden. Also es ist schon ein großer Abstand jetzt geworden, muss man sagen. Ja, müssen wir jetzt schauen. Müssen wir jetzt schauen, wie es läuft. Sage ich dir, wie es ist. So, Felino und Lopez, das ist jetzt hier kein großes Ding mehr. Die können jetzt hier zusammenfahren. Das ist jetzt eigentlich ziemlich egal, was hier hinten passiert, wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin. Hier nehmt mal euer Gel, weil das könnt ihr was bringen. So, und jetzt fahren wir mit McLean diese letzten Kilometer. Und wir können einfach nur hoffen, dass er sich jetzt relativ schnell erholt. Relativ viel Gas geben kann. Und dann, dass die vorne sich vielleicht nicht ganz einig sind. Zwei Minuten muss er halt aufholen. Auf 20 Kilometern. Für ein Hauptfeld wäre das kein Problem. Für Danny McLean schwierig. Sage ich mal. Wirklich schwierig. Das ist schon wirklich eine Quest jetzt, die Art. Pozzato ist wieder im Feld. Die einzige Hoffnung kann sein, dass wir Preidler einholen. Und dass wir mit ihm zusammen dahin kommen. 20 Kilometer Mark hier für die Gruppe. Also es ist schon noch weit bis ins Ziel. Das kann zu unserem Vorteil sein. Kann aber auch zu unserem Nachteil sein. Je nachdem, wie man es auslegen will. Wir müssen jetzt Gas geben. Das bringt ja alles nichts. Wir müssen jetzt versuchen, wenigstens Preidler einzuholen. Das ist jetzt das wichtige Ding. Aber McLean ist halt wirklich ziemlich angenockt. Und das ist gerade so das Riesenproblem, das wir haben. McLean müsste jetzt eigentlich Gas geben. Kann er aber nicht. Das ist ein Problem. Hier müsste er jetzt eigentlich rollen. Hier müsste er jetzt eigentlich die Minute aufholen auf die anderen. Damit er noch eine realistische Chance hat. Da vorne ist Preidler. Also den können wir wirklich noch holen. Aber was ist mit der Gruppe davor? Die fahren auch noch relativ flüssig. Also da sieht es nicht so aus, als würde es irgendwelche Konkurrenzsituationen geben. 10 Kilometer Marke für die 12 Ausreißer. Ei, 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 ei. Lopez. Alles gut. Der fährt hier im Feld mit rum. Das passt. 7,7 Kilometer für die Spitze. 8,6 Kilometer für McLean. Das wird wahrscheinlich nichts. Außer wie gesagt, es kann immer noch passieren, dass die sich vorne plötzlich uneinig werden. Und dann kann McLeans große Stunde auf jeden Fall schlagen. Aber bis dahin müssen wir versuchen, möglichst den Vorsprung klein zu halten. Ein bisschen was an Zeit hat er gut gemacht. Aber jetzt ist halt auch der Kraftbalken sowas von klein. Vom gelben Balken ganz zu schweigen. 4 Kilometer noch für die Ausreißer. Also ich würde sagen, das Ding ist gegessen, leider. Jetzt greift Marc Padun an. Und McLean hat mit dem Finale leider nichts zu tun. Ach, bitter. Wirklich bitter. Es hat wirklich nicht schlecht geklappt, die Taktik. Padun verliert die Etappe. Und Bonnier gewinnt für Euskadi Murias Etappe Nummer 6 der Vuelta España. Jérôme Bonnier holt sich also diesen Etappensieg. Glückwunsch an die Mannschaft Euskadi Murias. Den Zweitligisten mit Sicherheit ein großes Resultat für die Jungs. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt schauen wir hier noch, dass wir ein gutes Resultat mit Feline und Co. rausholen. Ich meine, es geht um Platz 14. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr so wehtun. Aber ja, natürlich wollen wir jetzt hier keine Zeit verlieren. Beispielsweise auf Daniel Martin, der hier angreift. Sehr interessant. Matthew ist natürlich am Hinterrad. Das ist mal ein Smoker. Geht man sofort an dieser wuchtigen Körperstatur. So, und jetzt also Alaphilippe am Hinterrad von Feline so ein bisschen. Sprint eröffnet. Fabio Feline macht das hier locker. Lopez rollt auch ganz locker rein. Feline wird damit 17. Ja, ärgerliche Sache. Schade, schade, schade. Es hat nicht so mega viel gefehlt. Dann wäre diese Taktik tatsächlich aufgegangen. McLean möchte ich an der Stelle sagen, mit einer wirklich guten Leistung. Also, das hat sich schon durchaus sehen lassen. Und jetzt Till Schuster schafft es im Zeitraum mit rein. Das ist immer ein Erfolg für ihn. Jérôme Bonnier von der Euskadi-Mourias-Mannschaft gewinnt also Etappe Nummer 6. Und damit natürlich der erste Etappensieg für diese Mannschaft. Der mit Sicherheit sehr, sehr hart gefeiert werden wird. Im Teamhotel heute Abend. Das ist ein großartiger Erfolg für Euskadi-Mourias. Und natürlich auch für Jérôme Bonnier selbst. Zweiter wird Nicola Conci, nicht Valerio Conci. Ist auch ein ganz anderer, egal. Dritter Roberto Uranga. Aufrang 4 Gregor Mühlberger. Fünfter Ego Anton. Sechster Jevgeni Giddich. Siebter Delio Fernandes. Achter Amaro Antunes. Neunter Leopold König. Und zwehnter André Seitz. Damit also tatsächlich. Amaro Antunes. Warum auch immer hier im Kaya Rural-Trikot auftritt. Er hat das rote Trikot. So, 23 Sekunden führt er jetzt in der Gesamtwertung vor André Seitz. Und eine Minute vor Chris Froome. Ego Anton rutscht auf Rang 4. Giddich auf Rang 6. Also rotes Trikot für die Mannschaft Kaya Rural. Ich werde verrückt. Und die sind so stolz, dass sie ihr Team-Trikot zeigen wollen. Amaro Antunes führt jetzt auch in der Bergwertung. 29 Punkte hat er. Zweiter ist Ego Anton mit 17. Und dritter Miguel Angel Lopez und Leopold König mit jeweils 12 Punkten. Dann haben wir die Punktewertung. Dort führt Michael Matthews mit 51 Zählern. Von Miguel Angel Lopez. Der hat 45. Froome und McLean sind auf 33 Punkten. In der Nachwuchswertung führt jetzt Yevgeny Giddich, der Kasache. 31 Sekunden vor Nicola Conci und Miguel Angel Lopez. Und in der Teamwertung führt jetzt das Team Bora Hansgrohe durch die heutige Etappe vor Astana. Und auf Rang 3 zurückgefallen das Team Movistar. Weil sie heute niemanden in der Gruppe hatten. Tja. So kann es gehen. Jérôme Bonnier also mit dem mit Sicherheit größten Erfolgs in der Karriere. 32 Jahre alt ist er. Schauen wir mal, ob es hier irgendwas Nennenswertes ansonsten noch gibt. Und dritter in Frankfurt 2015. Krass. Zweiter in Frankfurt 2011. Wow. Also eigentlich müsste ich den ja kennen, ne? Ja. Glückwunsch auf jeden Fall zum Sieg. Schade mit der McLean. Wie gesagt, sehr, sehr schade. Was willst du machen? Und damit also Amaro Antunes im Führungstrikot. Für die Karriere-Karl-Mannschaft. Mal schauen, wie lange er das verteidigen kann. Die nächsten Etappen kommen ihm ja gut entgegen. Er ist ja ein hügelstarker Fahrer. Die Frage ist nur, was er jetzt macht. Im Führungstrikot ist es ja ein bisschen schwer, in die Ausreißergruppe zu gehen. Eigentlich müsste er aber in die Ausreißergruppe gehen, um Punkte für die Bergwertung zu holen. Also da bin ich mal sehr gespannt, was er machen wird. Zweiter dann André Seitz, der 32-jährige Kasache. Boah. Der wird wahrscheinlich auch nicht lange bleiben. Aber Amaro Antunes bin ich mal gespannt, weil der ist ja im Hügel gar nicht mal schlecht. Und bis einschließlich Etappe 10 haben wir nur hügelige Etappen. Also da kann schon was gehen. Für ihn. Ein paar Tage in Ruhe zumindest. Schauen wir mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Schreibt mir eure Tipps, wie lange Amaro Antunes im roten Trikot bleibt. Oder gewinnt er sogar die Vuelta. Ich meine, eine Minute auf Vroom hat er. Ja, oder gewinnt Igor Anton. Hm? Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. So was ist doch schön, oder? Kaya Ural im roten Trikot. Euskadi Moriasuji Etappe. Da geht einem doch das Herz auf. Und die Hose auch. Hm, hm, hm. So. What the fuck? Okay. Siebte Etappe ist erreicht. Und ich würde sagen, heute ist der Tag, an dem wir das mal durchziehen. Und tatsächlich Fabio Feline sagen, er soll heimfahren. Als allererstes mal würde, ähm, Yannick Martinez gerne einen Vertrag bei uns unterschreiben. Aber das Thema hatten wir ja schon. Genau. Wir dürfen gar keinen Vertrag mit ihm eingehen. Äh, insofern machen wir mal hier irgendwie sowas. Und, äh, hier sowas. Dass er so total abgeneigt ist. So. Und jetzt hat sich das Thema nämlich eh erledigt. Endgültige Vorauswahl für die Nationalmannschaft. Okay. Ibrahim ist wieder fit. Willkommen zurück. Salah ist wieder fit. Willkommen zurück. Und Kulic ist in Bestform. Nice. Ja, und das nehmen wir natürlich an. Nationalteam für die Weltmeisterschaft. Sollen wir jetzt also neun Fahrer, ähm, bereitstellen. Ist natürlich ein sehr welliger Kurs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Runden. Ja, Patrick Konrad würde ich sagen als Titelverteidiger. Wir haben ja in der letzten Saison im PCM mit ihm die Weltmeisterschaft gewonnen. Muss dabei sein. Großschadner sollte dabei sein. Ähm. Mühlberger würde ich mitnehmen. Breitler kann auch nicht schaden. Biedermann nehme ich einfach mal mit als Dankeschön für die Tour de France. Westerthaler nehme ich einfach mal mit, weil er gut ist. Äh. Ist ja klar, dass wir unsere Fahrer auch sein mitnehmen, ne. Ist ja logisch. Ja, Cesar Studeni da von mir aus mit. Jetzt weiß ich halt nicht. Pöstlberger und Mühl, äh, hier Brändle meine ich, sehe ich irgendwie keinen Sinn drin. Warum schaffen sie es eigentlich hier Öl zu machen und hier nicht Äh? Das verstehe ich auch nicht. Weil die sind halt einfach am Hügel nicht stark genug, als dass das wirklich sinnvoll wäre in meinen Augen. Das heißt, wir nehmen noch Denefil mit und Rabic. Ist das sinnvoller? Eigentlich ja nicht, ne. Weil die Ausdauerwerte von denen sind ja eigentlich sogar noch schlechter. Also zumindest mal Pöstlberger würde ich mitnehmen. Machen wir auch. Also Lukas Pöstlberger kommt mit. So, Zeitfahren leicht hügelig. Von daher nehmen wir da die hügeligen Zeitfahrerspezialisten mit. Also Ricardo Zeudel, Großschartner, Brändle, ja und Breitler. Sorry, Adolf Westerthaler. Aber das wäre frech, wenn wir dich da mitnehmen würden. Weil du bist ja einfach der Schwester. Sorry. Was soll ich dir sagen, Bruder? Was soll ich dir sagen? Leben kann unfair sein. So, Januar, Februar, März, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Okay, es dauert also noch bis zur nächsten Pressekonferenz. Ich muss mir keine Sorgen machen. So, Fabio Fliene, Aufgabe. Zack, weg ist er. Fabio Fliene wird also das Rennen nicht starten. Jetzt frage ich mich, wo das gespeichert. Das wurde gespeichert, sehr schön. So, jetzt können wir mal ganz kurz auf den Planer schauen. Weiß jetzt natürlich nicht, ob das schon aktualisiert ist. Ja, es ist aktualisiert. Er ist hier nicht mehr mit dabei. Das heißt also, er kann jetzt hier schön gammeln. Und kann dann wieder Formaufbau betreiben. Das heißt, er kann hier auch diese ganzen Rennen theoretisch mitnehmen. Das hier jetzt natürlich nicht. Aber er könnte hier zum Beispiel mitfahren beim Primus Classic. Ja. Könnte die Rennen hier mitfahren. Hier haben wir kein Rennen. Okay. Ja, das ist so eine Sache. Ja gut, aber es ist eigentlich okay. Weil dann ist er einigermaßen in Form bei der Lombardei-Rundfahrt. Also so einigermaßen halt wirklich nur. Also ich denke, damit kann man leben. Gut. Ja, ab jetzt ist die Saisonvorbereitung eh ein Flickenteppich. Sind wir mal ganz ehrlich. Ab jetzt ist alles kunterbunt. So, schauen wir nochmal ganz kurz in den Kader rein. Wer denn so alles wohin wechselt? Gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten? Also Fairwack zu Fortunio. McLei zu Katyusha. Und Stari zu Lotto Sudal. Sokol hier und Pozzato wissen wir noch nicht. Also Pozzato wird ja eh nirgendwo hinwechseln, weil er seine Karriere beendet. Aber Jan Sokol und Alex hier. Da bin ich mal gespannt. Kann mir vorstellen, dass sie am Ende ohne Team dastehen werden. War ja bei Jordi Simon zum Beispiel auch so. So, und jetzt würde ich ganz gerne mal schauen, wie es denn aussieht mit den vertragsfreien Fahrern. Davon gibt es ja auch so einige. Und da würde ich gerne mal schauen. Oh, die junge Dave Vazquez, Alter. Was ist der für Werder, Bruder? Unfassbar. Jetzt würde ich mal gerne schauen, wo landen die denn? Also Manuel Reiter hatten wir schon. Vazquez, Miller Ship. Das ist, glaube ich, ein Sprinter, genau. Genau. Francisco Torrijon, einer der talentiertesten und besten Fahrer auf dem Transfermarkt, geht zu uns. Albertino Bonatti hat noch kein Team. Richard Bodnar geht zu Mitchelton Scott. Arashiro und Mythic Addis haben noch kein Team. Mirko Irgang geht zu Katyusha. Haben wir noch was? Wir haben Jordi Simon. Wir haben Abd-Rahim Sahiri. Wir haben Rafa Stui. Das waren alles unsere Transfers. Und ich glaube, ansonsten ist hier aktuell noch niemand transferiert worden. Doch, hier war noch einer. Achso, Karriereende. Das ist Matteo Bono. Er ist nicht Bono. Ansonsten war es das, ne? Hier ist noch ein Karriereende. Das ist Eric Marcotte mit 39 Jahren. Da fängt das Leben an. Mansur Alitanian, wir auch noch. Aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. 31 Jahre alt. Kein Team. Wird wahrscheinlich auch keins kriegen mit den Werten. So, eine Etappe kommt jetzt noch. Und danach kommen noch ein paar andere. Also ich weiß gar nicht, wieso ich das jetzt so gesagt habe. Bin gespannt drauf. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis dann. Ciao.